Die wirtschaftliche Vorbereitung auf das anstehende 115 Cap. Was geht ab, Fiesta Online Enthusiasten? In diesem Video will ich euch ein paar wirtschaftliche Tipps geben, wie ihr den Übergang 105 zu 115 Cap solide meistert. Da gibt es nämlich einiges zu beachten, was ihr vielleicht gar nicht so auf dem Schirm habt. Nämlich gibt es ein großes Fragezeichen, ein Fragezeichen Ping, einen nachdenkenden Emoji. Nämlich, wie wird die Geldmenge oder sagen wir besser Goldmenge im nächsten Patch sein? Das weiß Stand jetzt noch keiner. Was bedeutet das? Es macht Sinn, euren Ingame-Besitz zu diversifizieren. Was ich sagen will, das dümmste, was ihr machen könnt, in generellen, egal ob ein neuer Patch kommt oder nicht, nur Gem halten. Nur Gem halten wäre das dümmste, was ihr machen könnt. Weil Gem ist ja an sich nur was wert, weil wir uns damit coole Items kaufen können. Wenn jetzt aber die Goldmenge steigt, theoretisch, sinkt ja eure Kaufkraft von diesem Gem, von diesem Gold. Und wir wissen nicht, wie das Goldverhältnis im nächsten Patch sein wird. Weil, habe ich schon in diesem Ankündigungsvideo erklärt. Es gibt da einen Ort namens 120er Abbey. Auf Server Kasul war es so, dass man da eine Tonne von Greens pro Stunde farmen konnte. Teilweise kam man da locker auf 60 Gold pro Stunde. Mit NPC-Verkauf so 20 Gold, 30 Gold pro Stunde, da kamen noch diese blauen Edelstände dazu. Ja, aber ziemlich viel auf jeden Fall. Und wenn das wieder so kommen wird, glaube ich, dass wir eine Inflation kriegen werden. Sprich, dein Gold wird dann weniger wert sein, wenn es so kommt. Nun haben wir aber die Besonderheit auf Kebing, dass bei sehr vielen Items die Drop-Chance reduziert ist. Und ich gehe stark davon aus, dass es bei den 120er Greens im 120er Abbey auch so sein wird. Und bei allen anderen wahrscheinlich auch. Weil da gibt es auch noch einen 110er Abbey, was auch ziemlich gut ist zum Farm tatsächlich. Von Greens und so. Aber, wir wissen ja nicht, wie es kommen wird. Wir wissen nicht, wie es kommen wird. Ja, deswegen, das Dümmste, was ihr machen könntet, ist jetzt wirklich nur auf Gold und Gem setzen. Ja, deswegen würde ich euch empfehlen, noch in ein paar Wertgegenstände zu investieren. Das hier ist natürlich High-End-Kram. So etwas können sich nur die besten Gem-Verdiener leisten. Aber es muss gar nicht so High-End-Kram sein. Zum Beispiel, alleine ein handelbares Reittier plus 5 oder plus 4 reicht tatsächlich auch aus. Allein das ist viel wert und wird immer viel wert sein, weil die sind insane praktisch. Wenn ihr aber sagt, ja okay, so viel Gold habe ich jetzt aber gar nicht zu investieren, weil die können auch schwer zu verkaufen sein. Die sind auch ein bisschen im Wert gefallen, muss man sagen. Meine Krabbe plus 5 habe ich noch für 45 Gold gekauft, zu einer Zeit, wo das ganz normal war. Die sind also gesunken, wahrscheinlich, weil mehr und mehr Leute im Lucky House diese Krabben farben, um dann Reittiere zu upgraden, um damit Gold zu verdienen. Was ich aber sagen will, sucht euch auf jeden Fall etwas, was eher wertbeständig ist. Und ich denke hier vor allem an handelbares Premium-Zeug. Mit handelbaren Premium-Zeug kann man wenig falsch machen. Ich habe immer noch super viele Schleim-Token. Ich habe bestimmt 40.000, 50.000 Taler in Schleim-Token. Vielleicht sogar mehr, muss ich nochmal ausrechnen. Ich denke eher an so ein günstiges handelbares Premium-Zeug, weil hier gab es eine Zeit lang mal handelbare Amus, 2 Stunden für 500 Silber oder so. Hier sind wir bei 1 Gold. Mal gucken, ob es günstiger geht, weil 1 Gold ist auch schon ziemlich günstig für so ein handelbares Amu. Deswegen will ich mal gucken, ob es vielleicht noch günstiger geht. Schauen wir mal einfach mal. Oh, es geht günstiger. Guck mal, hier sind 800 Silber für ein 50er, 2 Stunden Amu. Weil die braucht ihr dann zum Beispiel, mal angenommen, ihr seid in einer dieser High-End-Gelte, die dann die Teufels irgendwas Festung formen will für die 115er Set-Teile. Dann nehmt ihr natürlich logischerweise mindestens mal ein 50er Amu. Und ich kann mir vorstellen, dass die im Verlaufe noch steigen werden, weil 800 Silber für 2 Stunden, das ist doch günstig. Das ist insane günstig. Deswegen, wenn ihr jetzt wirklich, sagen wir mal, 2 Gem oder so habt, bin ich nicht der Ansicht, dass es Sinn macht, jetzt diese 2 Gem dann so quasi mitzunehmen für den nächsten Cap. Sondern ich würde einen Teil davon investieren in zum Beispiel handelbare Amus. Weil die sind immer beliebt. Ich glaube nicht, dass die noch viel sinken werden im Wert. Wenn dann eher steigen, wäre so meine Prediction. Guck mal, die günstigsten sind so 700. 700 Silber sind hier momentan die günstigsten. Da müsst ihr halt ein bisschen was gucken. Ja, also das wäre meine Empfehlung, dass man nicht sagt, ich nehme jetzt 2, 3 Gem mit rüber zum nächsten Cap, weil ihr wisst ja gar nicht, wie dann die Goldmenge sein wird. Das ist der springende Punkt. Während ihr diese Amus immer für was Nützliches einsetzen könnt. Oder selbst eine Tageslizenz für 400 Silber wirkt ziemlich günstig. Da könnte man auch schon mal ein paar von kaufen. Ist ja egal, ob ihr die dann einsetzt zum Farm oder einfach dann später verkauft. Weil gerade die ersten Tage vom 115er Cap, vom neuen Cap, da wird ja auch wieder die Werbetrommel für das Spiel gedreht. Da wird wieder ein hohes Interesse dafür sein. Also mehr als jetzt zum Ende des langweiligen 105er Caps, wo ja nun wirklich nicht viel in Sachen Spannung zu holen ist. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass so ein Zeug dann wieder steigt. Es muss nicht so kommen. Es kann auch sein, dass wieder Leute mehr von dem Kram kaufen. Warte, sind die alle schon ausverkauft? Nee, hier zählen nicht. Ich dachte eben wieder 0, 0, 0, aber nee, hier zählen alle noch da. Könnte ich mir vorstellen, dass so was, sagen wir mal, mindestens im Wert halbwegs stabil bleibt. Vielleicht sogar steigt. Ob die noch günstiger werden, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber ich weiß es natürlich auch nicht. Deswegen würde ich sagen, nur Gem mit rübernehmen zum nächsten Cap, bin ich nicht der größte Fan von. Ich würde ein bisschen diversifizieren, schon mal ein bisschen handelbares Zeug kaufen. Vielleicht auch Schleim-Token. Da habe ich jetzt gar nicht geguckt, wie inzwischen die Kurse sind. Wäre eigentlich mal interessant. Das würde mich echt mal interessieren, weil ansonsten haben wir auch, das meine ich ja, warum der 105er Cap so langweilig ist. Guck mal, ich brauche hier nicht durchscolen. Hier ist kein einziges Item, was mich in irgendeiner Weise interessiert. Und der Vorteil ist, 115 wird es besser. Denn 115er Gear ist mega interessant. 115er Gear ist geil für die 115er Perm Chars, die ihr eben braucht, um die Instanz zu farmen, um Karin zu raiden, um Chimera zu raiden und so. Sprich, 115er Gear wird sehr interessant sein. Vielleicht auch noch Schmuck ungefähr in dem Bereich. Wird sehr interessant sein, ne? Was ist das denn? Hier, die fühle ich irgendwie nicht so... Die wirken ein bisschen sehr teuer auf mich. Für das, was man kriegt. Aber kann sein, dass die Raider das rocken? Weiß ich nicht, Fragezeichen. Kann durchaus sein. Ja. Genau, deswegen, das wäre mein Tipp. Nicht nur Gem mit rübernehmen, weil das große Fragezeichen ist die Goldmenge. Kann sein, dass es steigt. Kann theoretisch sein, dass es sinkt, auch wenn ich das für sehr unwahrscheinlich halte. Meine Prediction wäre eher, dass es ungefähr gleich bleibt oder wenn, dann ein bisschen steigt. Mit der einfachen Begründung 120er Abbey Greens Farm. Das war auf Kasu immer eine Goldquelle. Hier ist halt die Frage, wie hoch ist die Chance, dort Greens zu droppen. Wenn es sehr gering ist, ändert sich vielleicht nicht viel. Wenn es zu hoch ist, kann sich das aber auch schnell ändern. Deswegen sage ich, würde ich hier wirklich so ein bisschen diversifizieren. Malegier sehe ich langfristig auch nicht so gefragt mehr tatsächlich. Bin ich auch nicht so der Fan von. Und dann eher so ein Schmuck hier ist wiederum geil. Das ist ein roter Malle Ring. Die sind nicht ganz so beliebt. Aber selbst die haben eigentlich ganz okayer Base Stats. Also ganz okay. Jetzt nothing to write home about. Ja, aber ganz okay. Genau. Ja, das wäre der Tipp an dieser Stelle zur Vorbereitung. Ich würde nicht nur Gem mit rübernehmen. Kann theoretisch eine gute Strategie sein. Ich würde ein bisschen diversifizieren. Aber das macht ihr ja meistens sowieso. Indem ihr halt mehrere Chars habt, die ihr auch ein bisschen ausstatten tut. Ja, wie zum Beispiel ich mit meinem Smaragdrip, der immer noch sehr wertvoll ist, der handelbare. Und dann will ich nochmal meine Theorie mit den 205er Chars aufgreifen, was ihr dann in 215er Chars nächsten Patch verwandeln könnt. Warum ist das so wichtig? Also, 115 Gear ist gebunden. Ja, und es macht keinen Sinn, dass ihr richtig geiles Zeug davon kauft, plus 10 ab vielleicht sogar noch, was auch sehr teuer ist, muss man sagen, aber einige machen das halt. Und dann wieder entbindet, wenn dann wiederum nach einem halben Jahr oder so nochmal eine Erweiterung kommt. Weil dann hättet ihr viel zu viel Ausgaben für die Entbinder, die sehr teuer sind. Deswegen meine Empfehlung, zieht euch am besten auch auf zwei Accounts, zwei 105er und dann halt 115er hoch. Einen, das ist euer Main Perm 115, gebt ihr dann das geile 115 Gear, weil den lasst ihr auf dem Bereich, weil auch in höheren Erweiterungen, wenn dann irgendwann bis 125 geht, auch dann sind 115er Perms beliebt. 115er Perms waren schon immer die beliebtesten Perm Chars in Fiesta Online und werden sehr wahrscheinlich auch bleiben. Einfach, weil ihr so viel raiden könnt, so viele Instanzen, so viele andere Farmspots, hast du nicht gesehen. Wurzeln gibt es ja auch noch alles mögliche. Viel zu viele Optionen für 115. Deswegen sind die so beliebt. Deswegen würde ich sagen, macht ihr einen Schaub, wo ihr dann das geile 115 Gear raufstackt. Ja. Vielleicht auch eine gebundene 115, wenn ihr keine bessere findet, wie eine Chimera oder Karin, weil die werden sehr selten und wertvoll sein. Und dann macht ihr noch einen zweiten, den ihr dann langfristig weiterlevelt, wo ihr dann nur 110er Gear raufknallt, weil 110 Gear mit schlechten Starts reicht meistens aus, um Richtung 120 plus zu leveln. Und es kostet viel weniger. 115 Gear ist teuer. Also das würde ich wirklich nur auf den Schaub ballern, wo ihr sagt, der bleibt dann Perm. Theoretisch könnt ihr das Gear dann auch irgendwann verkaufen, wenn ihr keinen Bock mehr auf 115 Perm habt, dann ist es auch sehr viel wert, braucht ihr aber halt hier einen Binder. Ja, das muss man wissen. Deswegen, das waren hier meine wirtschaftlichen Tipps zur Vorbereitung auf den 115er Cap. Wie das mit der Goldmenge bleiben wird, ich halte es im Auge tatsächlich. Und dann gucken wir mal. Ich freue mich auf den Cap. Ich hoffe ihr auch. Bis zum nächsten Video. Ciao.